Wo ihr Pferde-Nerds, ich habe heute mal wieder ein neues Projekt für euch und zwar zusammen mit der Claudia Hallo! Hallo! Und mit der Jenny. Hallo! 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 Ach, wisst ihr was? Kommt mal her! So, wir wollen jetzt endlich mal was zusammen tatsächlich machen. So, richtig zusammen. Nicht immer nur so über die Videoclips. Und ja, das werdet ihr jetzt hören. Also, bis gleich! Bis gleich! Ja, wir drei, Claudia, Steffi und ich, haben uns dazu entschlossen, eine Gemeinschaft zu gründen. Und zwar Simply Fair Horsemanship. Uns geht es in dieser Gemeinschaft um den fairen Umgang und auch das faire Reiten und eben alles, was dazu gehört mit dem Pferd. Wir möchten uns auch mehr mit diesen ganzen Themen wie Haltung oder gebissloses Reiten oder einfach mal Alternativwege beschäftigen und auch zu Diskussionen anregen, indem ihr gerne immer mit dabei sein könnt. Und zu diesem Zweck haben wir eine Facebook-Seite eingerichtet, die ihr gerne liken könnt. Und wir werden dort regelmäßig unsere Videos veröffentlichen und auch andere Postings machen, wo ihr gerne dann mit uns diskutieren könnt, eure Sichtweisen darstellen könnt und uns gerne eure Meinung mitteilen könnt. Da freuen wir uns total drauf! Wir wollen natürlich nicht nur auf Facebook aktiv sein, sondern auch hier auf YouTube. Das ist natürlich hier der Sinn der Sache. Wir wollen natürlich auch weiterhin Gemeinschaftsprojekte fördern. Wir haben natürlich auch schon so einige Projekte zusammen gemacht, zum Beispiel die Wintergymnastik mit Claudia zusammen oder auch das Schulterherein mit Jenny zusammen. Immer jeweils vom Boden und vom Pferderücken aus erarbeitet oder auch unser Tauschpaket. Sowas wollen wir zum Beispiel auch gerne immer wieder mal machen oder auch do it yourself oder was uns eben so einfällt. Ja, dieses Projekt wird sich nicht nur auf uns drei beschränken. Wir werden auch sehr gerne Videos von anderen YouTubern mit einbeziehen und euch natürlich auch zeigen, die in unser Konzept passen, in das Konzept von Simply Fair Horsemanship. Seid dabei!